Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ihr seht heute mal ein bisschen größeren Ausschnitt, weil ich ein paar Sachen hier verteilt habe, die ich natürlich nicht alle gleichzeitig mit rausschleppe, aber euch zeigen möchte. Es geht heute um Taschen, Rucksäcke und so weiter und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Ja, ihr kennt mich ja von den Wettkämpfen und vom Training und ihr seht ja immer, wie ich da rumlaufe. Mal habe ich einen Rucksack auf, mal habe ich eine Tasche in der Hand, mal renne ich mit einem Beach Buggy da rum und ziehe was hinterher. Ich habe natürlich immer unterschiedliche Taschen, je nachdem welcher Wettkampf das ist, je nachdem welche Art von Wettkampf das ist, je nachdem ob ich beim Training bin oder ob ich Zeit habe, ob ich keine Zeit habe, ob ich im Ausland bin oder im Inland, ob ich ein Auto dabei habe oder lange Wege gehen muss. Also benutze ich unterschiedliche Taschen und ich zeige euch heute mal, was ich alles habe und stelle euch auch meine Lieblingsgewehrtasche vor und meinen Lieblingsrucksack. Ich habe einiges schon einzeln vorgestellt und die entsprechenden Videos werde ich euch dann wie immer in der Videobeschreibung verlinken. Fangen wir mal an mit der einfachsten Sache, das wäre eine Gewehrtasche. Ich mache übrigens dann, wenn es interessant wird, mache ich noch die zweite Kamera an. Die Gewehrtasche, also eine ganz normale Gewehrtasche und in dieser Gewehrtasche gibt es halt ein oder zwei Fächer. Hier ist ein Fach drinne und in dieses Fach kann man eine Waffe reinlegen. Ja, eine Waffe. Man hat aber noch ein zweites oberes Fach und da könnte man theoretisch auch eine zweite Waffe reinmachen. Habe ich glaube ich auch schon gemacht, aber hier sind Mollebänder drinne, so dass man verschiedene Taschen da noch reinmachen kann, Halterungen und so weiter. Die Tasche finde ich super, die habe ich mal irgendwo auf einem Wettkampf gekauft und sie ist so schön dick gepolstert, was ja immer sehr gut ist im Auto. Und ich glaube, das ist eine, mal gucken, eine 511. Ja, eine 511. Schön groß, auch für meine RS9 passend und für die anderen langen Waffen, die ich habe. Und ich glaube, sie hat auch hinten ein Tragesystem, ja, so ein ganz einfaches Tragesystem hier versteckt. Ja, so ein kleines, wie so ein Rucksack-Tragesystem. Ja, ich klar das mal nicht raus. Und hat auch einen Zoo-Riemen, eine schöne Tasche finde ich, eine einfache Tasche, ja. Einen Griff hier zum hinterher schleppen und ansonsten, naja, schön einfach gehalten. Auch nicht ganz billig, aber das ist das, was ich normalerweise benutze, wenn ich eine Zweitwaffe dabei habe. Oder wenn ich, Achtung, ich schmeiße die mal da hin, wenn ich meine Matte benutze, ja, weil, dann habe ich die Tasche und die Matte, wenn ich eine schöne Liegefläche brauche und ich brauche sehr viel Platz und das muss alles eben sein, warum auch immer, dann benutze ich meine Matte. Ich hatte die schon vorgestellt, die ist ja selbst gebaut oder selbst genäht und die entspricht genau meinen Anforderungen. Also vorne ein bisschen dicker, in der Mitte ein bisschen normal gepolstert, hinten bei den Füßen gar nicht, so wie das ja ganz oft der Fall ist. Und diese Matte habe ich, die habe ich schon lange im Einsatz jetzt, die ist noch so wie am ersten Tag und funktioniert hervorragend. Einige haben die schon nachgebaut, ich habe Bilder bekommen und ja, die sehen sehr schön aus, habe ich gesehen. Eine ganz einfache Matte, schmeiße ich mal da hin, habe ich schon gezeigt. Dann benutze ich sehr, sehr oft, ich schiebe das mal beiseite, meinen Rucksack. Das ist der Eberle Stock Phantom und das Ding hat quasi ein Gewährfach hier hinten und einen normalen Rucksack und das Ding ist Gold wert, finde ich. Ist nicht wasserdicht, klar, logisch muss man Überzug nehmen, aber es ist ein toller Rucksack und den habe ich schon, ich glaube, vor zwei Jahren mal vorgestellt und das ist ein tolles Teil. Das benutze ich vor allem, wenn ich dynamisch unterwegs bin, dann kann ich die Waffe auf den Rücken nehmen und das ist natürlich eine schöne Sache. Ich kann den Hauptrucksack wegmachen und kleinere Taschen benutzen, eine Weste benutzen und da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Das verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, da müsst ihr mal reingucken. Also habe ich schon vorgestellt, die Matte habe ich schon gezeigt, wie sie gebaut wird und heute will ich euch mal zeigen, was ich viel in letzter Zeit benutzt habe, wenn ich nicht dynamisch unterwegs bin und das sind ja auch einige Wettkämpfe und viele Trainings vor allem, da muss ich ja nicht weit rumlaufen. fahre ich mit dem Auto an den Stand und packe einfach aus und wenn ich alles dabei haben will, benutze ich nur diese Tasche, nichts anderes. Da ist wirklich alles komplett drin, was ich für einen Schießtag brauche, außer Getränke und Essen und natürlich Klamotten. Da habe ich einen kleineren Rucksack dann und die Tasche stelle ich euch jetzt mal ein bisschen ausführlicher vor und ich mache dazu mal eine zweite Kamera an. So, ich habe eine zweite Kamera an, also ich habe hier ja oben noch so einen Querriegel und zwei Autopole, wo alles angebaut ist, meine ganzen anderen Sachen. Das, was sonst nicht im Bild ist, ist ja auch kein Mikro im Bild und solche Dinge. Und ihr seht ja hier hinten die halbe Ausrüstung noch. Ich zeige euch das mal ein bisschen. Zum einen habe ich hier draußen natürlich sehr, sehr viele Taschen dran, genau fünf Stück und was in diesen Taschen drin ist, was ich also immer mitnehme, das zeige ich euch jetzt mal auf der Rückseite. Also, da gibt es natürlich wieder ein Tragesystem, das ist sogar relativ komfortabel und das ist hier versteckt. Ich kann das hier aufmachen und siehe da, das kann man herausziehen und anbauen. Das Schöne ist, man kann es auf der Seite anbauen, das ist nämlich hier die Halterung für das Tragesystem und man kann es auf der Seite anbauen. Man kann die Tasche also so oder so rumtragen, je nachdem wie man das braucht und hier sind irgendwelche kleinen Pinorex drin, um das Ding anzubauen. Das ist dann schön zugemacht wieder, das ist einfach zugeklettet und fertig. Man kann es dann genauso auf der anderen Seite aufmachen, je nachdem wie rum man das Ganze tragen will. Hier ist auch noch eine kleine Tasche drin für irgendwelche Kleinigkeiten, benutze ich aber eigentlich eher nicht die Rückseite. Was ist hier noch drin? Wir haben hier noch so kleine Anbauten überall und hier ein Täschchen um den Riemen, den Zohrriemen, hier ist ein Zohrriemen dran. Ich schiebe das mal auf die zweite Kamera. Hier ist ein Zohrriemen dran und dieser Zohrriemen, das ist ja bei solchen Taschen immer der Fall, den kann ich hier reinstecken und dann stört der nicht. So, wieder umgedreht. Hier ist noch eine Tasche um irgendwelche anderen Sachen einfach reinzustecken, zum Beispiel auch der große Trageriemen. Das eine ist ja so ein Zohrriemen, das ist der Trageriemen für die Seite. Da stecke ich auch immer so einen kleinen Bindfaden noch mit rein. Der ist hier um dieses Ende rumzuklappen, wenn es mal richtig dreckig ist. Zu dem Rest komme ich gleich. Was ist in den Taschen drin? Ich habe hier, da ist noch mein Schloss drin, mein altes Datenbuch drin und meine Messgeräte und so ein paar Stifte und so weiter. Also alles, was ich zum Datenaufschreiben benutze. Aber hier drin ist auch noch ein Datenbuch. Und darunter ist, ja, Hinterschaftauflage, der kleine Sandsack. Den Sandsack, den habe ich auch schon beschrieben. Der ist ja selbst gebaut. Der ist schön schwer. Und die Datenbücher und das habe ich auch alles beschrieben. Verlinke ich euch auch mal da drin, den Sandsack auch, wie ich den genäht habe und welcher Sand da vor allem drin ist. Das ist ja eine Mischung aus drei verschiedenen Sanden und ich finde, der geht super. Das ist also in der ersten Tasche drin. Die Taschen kann ich natürlich alle abnehmen, weil die sind alle mit Molle befestigt. Hier hinten drauf schön fest. Und dann habe ich eine zweite Tasche. Vielleicht erkennt ihr die noch. Dort ist mein Terra-Pin gerade drin, also mein Laserentfernungsmesser. Und über den hatte ich ja auch schon ein Video gemacht. Verlinke ich euch auch. Und die Tasche habe ich selber genäht. Natürlich genau dazu passend. Das Video ist auch unten verlinkt und die ist auch mit Molle befestigt hier fest. In dieser etwas kleineren Tasche ist in der Mitte immer mein Gehörschutz ganz alleine drin, weil den rake ich ja öfter raus. Und dann bleibt die Tasche auch auf und deswegen ist da nichts anderes drin. Dann gehen wir ein Stück weiter. Hier ist eine etwas größere Tasche. Hier ist alles drin, was ich sonst noch so brauche. Zum Beispiel mein Tacker. Ich habe so einen kleinen Tacker und Tackernadeln natürlich. Und diese Dings sind rot, weil ich die sonst immer verliere. Jetzt habe ich mir durch die Tackernadeln hier einen Schlaz reingemacht, einen Tisch. Naja, ist halt ein Tisch. Hier ist mein Törnikey. Also hier ist jetzt auch ein Medipack drin. Mein ganz kleines Medipack und ein Törnikey. Die beiden Sachen habe ich immer mit. Törnikey, wenn ich weiß, was das ist. Ich mache dazu nochmal ein Video. Das ist zum Abbinden. Da benutzt vor allem die Army. Und ich habe hier Reinigungsteug drin, also eine Snake nur. Mehr nicht. Eine Snake reicht für die Waffe, die ich gerade mithabe. Die vier Sachen sind hier drin. Da komme ich schnell ran. Und hier drüben ist die Money drin. Ich habe die ja hier in so einer anderen Verpackung. Das ist auch selbst gebaut, wie das gebaut wird. Also die Munitionshalterung. Da kommt hier die super. Da passen einen Haufen Muni rein. Hier, ich glaube, 32 Schuss auf so einer Plattform. Und das ist eine kleinere zum Nachladen. Und ich habe davon mehrere. Das hat sich super bewährt, habe ich schon eine Weile jetzt. Verlinke ich euch auch das Video dazu. Und in der letzten Tasche ist also die Money drin. Die habe ich extra nochmal hier in so einer Tasche, weil ich die Hülsen natürlich dann hier reinschmeiße. Und dann der Rest nicht dreckig wird. Die passt hier genau rein und ist dann auch mit dran. So, machen wir das Ganze mal auf. Hier sind vier Schnallen dran. Es reicht auch normalerweise die Schnallen zuzumachen, wenn man schnell irgendwo hin und her gehen will. Da braucht man nicht den Reißverschluss zumachen. Der Griff hat natürlich hier wieder so ein Klett-Ding, damit man den schön greifen kann. Und ringsherum ist so eine Schutzflappe für den Reißverschluss. Das ist immer ganz wichtig. Reißverschluss ist ein YKK, also ein guter. Hier ist noch ein Patchfach vorne drauf. Und unter dem Patch gibt es noch ein ganz ganz kleines Fach. Da kann man dann seine Millionen verstauen. Oder weiß der Fuchs was. Ich schmeiße das mal rum. Und jetzt habe ich gleichzeitig, wenn ich das aufklappe, meine Matte. Und damit die Matte lang genug ist, gibt es hier eine Verlängerung für die Füße und die klappe ich einfach um. Das ist super. Ich habe hier innen jetzt eine Polsterung überall. Das hier vorne ist Anti-Rutsch beschichtet. Das ist auch super. Und ich habe hier verschiedene Sachen, die sind nochmal drauf gebaut. Die kann ich auch abmachen. Aber das ist natürlich super. Ich habe hier ein Sichtfeld und da ist zum Beispiel mein Datenbuch drin. Es gibt jetzt bald das neue Datenbuch. Das ist noch das alte. Ja, hier ist eine schöne Tasche drin. Und hier auf der anderen Seite ist die gleiche Tasche nochmal, aber mit Munitionshalter vorne nochmal. Wenn ich jetzt beim Wettkampf irgendwie Munition da verstauen will, kann ich da auch 1, 2, 3, 10 Schuss verstauen. Dann ist da noch eine Tasche. Die benutze ich auch immer. Da ist mein Safety-Flag immer drin. Kann ich nie vergessen. Ich habe ja mehrere. Das ist jetzt ein sehr großes für Wettkämpfe. Und die Waffe. Die Waffe ist natürlich festgemacht hier mit zwei solchen Klicks. Habe ich nicht gemacht jetzt. Und es passen große Waffen rein. Also meine RS9 passt gerade so rein. Das ist dann aber nicht mehr schön. Diese Waffe passt da gut rein. Und man kann die Fixierungen hier, die kann man verstellen. Da ist wieder Molle. Kann ich also alles, je nachdem welche Waffe ich habe, das Ganze schön verstellen. Und es passen auch Waffen rein mit hohen Aufbauten und extra Sachen. Und hier gibt es eine Mündungstasche, also für die Bremse oder die Mündung des Laufes. Damit hier nicht alles total dreckig wird. Das finde ich schon super. Da haue ich das Ding jetzt hier rein. Und dann kann ich das einfach vorne und hinten festmachen. Und dann ziehe ich das einfach fest. Und dann ist das Ganze gut fixiert. Hier vorne genauso. Das ziehe ich meistens unter dem ZF durch. Zack. Und dann kann ich das Ganze festziehen. Je nachdem wie ich das fixieren will. So jetzt ist es richtig fest und klappert hier nicht mehr hin und her. Das Ganze ist gleichzeitig meine Matte, Schießmatte und gleichzeitig meine Gewährtasche. Und das ist super. Man muss aber daran denken, dass jetzt hier unter die Taschen liegen. Das heißt, man liegt eher so in diesem Bereich. Der reicht für mich normalerweise aus. Wenn man den großen Bereich haben möchte, dann müsste man die Taschen leer machen. Mache ich manchmal, wenn ich sehr viel Platz brauche, mache ich die zwei mittleren Taschen leer und nehme meinen Terrapin raus. Aber naja, meistens mache ich es nicht, weil ich genug Platz habe. Kommt darauf an, wie der Untergrund ist. Das kann man sich dann zurecht bauen. Man kann im Wettkampf ja vorher irgendwelche Sachen rausnehmen. Ich brauche ja nicht immerzu ein Laserentfernungsmesser, wenn die Ziele auf 300, 600, 800 und 1000 Meter stehen, die eingemessen sind. Dann messe ich ja nicht nach. Ja, das Ganze wird jetzt hier einfach wieder zusammengeklappt. Dieses Teil hier unten kann man abnehmen und waschen. Das ist natürlich gut. Das ist hier auch gummiert auf der Rückseite so ein bisschen. Und da die Füße da drauf sind oder vielleicht im Dreck, kann ich das abnehmen und dann separat waschen. Das mache ich mit der Tasche ja eigentlich nicht. Und jetzt kann ich das Ganze wieder zusammenklappen. Und eigentlich reicht das, wenn ich die Dinger hier zumachen für einen schnellen Transport. Wenn ich zum Beispiel fertig bin mit dem Schießen, muss ich nicht den ganzen Reißverschluss zumachen, sondern nehme das Ding einfach und renne damit wieder los. Und schon ist das Ganze wieder zusammen. Ja, ich finde, das ist eine super Tasche. Und ja, ich muss dazu sagen, leider gibt es sie nicht zu kaufen, aber es gibt natürlich ähnliche Taschen. Das ist eine Sonderedition von Sarko mal gewesen. Wer sowas kriegt, unbedingt kaufen. Nicht auf den Preis gucken. Ich weiß nicht, was das neu kostet. 500 Euro oder so. Also richtig teuer. Aber da sind etliche Taschen dabei. Bis auf diese ist ja alles dabei. Und der Preis ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Und das ist eine richtig tolle Sache. Es gibt welche. Ich habe bei Eberlestock zum Beispiel welche gesehen. Die sind auch sehr gut. Die hat jetzt ein Freund gekauft und ist auch begeistert davon. Also die gleiche Macherart. Aufmachen. Hier Taschen dran oder feste Taschen auch. Das ist auch nicht so schlimm. Und ja, mit so einem Ausklappen sehr robust. Und das ist wichtig. Ja, ich habe euch mal so das Wichtigste gezeigt. Und denkt auch dran, wenn ihr sowas kauft, dass ihr darauf achtet, dass hier hinten ein ordentliches Tragesystem dran ist, was ein bisschen gepolstert ist. Sonst könnt ihr vergessen, dass ihr so zwölf Kilo mit so kleinen Strämchen durch die Gegend schleppt. Das macht ihr dann doch nicht. Aber meistens trage ich die Tasche am Griff hier. Baue ich zusammen und dann reicht das auch völlig aus. Ja, das waren meine Dinge, die ich benutze auf meinen Wettkämpfen, auf meinen Trainings. Und ihr habt oft nachgefragt. Nur habe ich sie mal genauer vorgestellt. Das war es schon wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen. Daumen hoch nicht vergessen. Abo nicht vergessen. Und ich sage Tschau. Bis zum nächsten Mal. Coht mal auf. Bis zum nächsten Mal.